Hey, listen! Das ist der erste Punkt. Ach, oje, oje, was tue ich mir jetzt gerade wieder hier an? Nichts Gutes, nichts Gutes, aber ich tue es trotzdem. Ich bin... Warte mal. Warum? War das nicht etwas heller vorher gewesen? Oder irre ich mich hier gerade ein bisschen? Wie ist das Licht so anders geworden? Okay. Okay. War mal richtig ungewohnt, jetzt mal ein anderes Lichtereignis hier mal zu haben. Auf jeden Fall muss ich mich jetzt erstmal hier durchkämpfen hier, aber ich glaube, die Gegner, die sind ja gegen mich eigentlich keine große Bedrohung. Ja, brauche ich ja alle so easy weg hier. So, die gehen wir ja auf den Nerv hier natürlich. Ich tankte das Shit, ahu. Ah. Oh. Da kann ich hier wieder verkaufen. Ein paar Seenrostschröpfen. Ei. Mal kurz ein paar kleine Mini-Gegner hier an meinem umhauen, dann will ich ein bisschen meine Lebensleiste voll haben. Ich will jetzt nicht irgendwie überrascht werden oder so. Es hat ein Grafikpark hier ein bisschen. Kann das sein. Okay, der da oben wird nicht so freundlich sein. Gucken wir mal, wie ein paar kleine Vasallen wir eben auf die Nuss zauen können. Ja, zum Beispiel. Auch noch ein paar Vasallen mehr. Haben wir ein paar Vasallen mehr hier, zufälligerweise hier? Oh, der schlägt hier wild herum. Hier los. Naja, ich. Genau, du. Noch einer von euch kommen? Nein. Gut, dann muss ich halt mit der Lebensleiste jetzt, die ich hier hab, hineingehen. Ich muss mir eben kurz auch mal meinen Hals reinigen. Gut. Weiß nicht, was da... Ah ja. Okay, ich guck mal, was ist denn da vor uns... Oh, da ist sie ja. We. Weiß nicht, ob ich die schön finden soll oder... Aua. Uh. Hui. Eine gute Reichweite, muss man hier sagen. Gehen. Ich hab schon drei Schläger. Warte mal, sie kann packen? Äh, 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 lass mich los. What the fuck? Boah, schnell trinken. Ah, der hätte mich jetzt sonst gekriegt. Okay, ich mach doch noch solche Moves. Au, alter Schwede. Okay, die wird... Glück habe ich meine Seelen vorher schon weggebracht. Ich glaub, die hätte mich schon längst dann wegge... meine teuren Seelen hier liegen lassen. Nee, 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 nee. Mich packst du jetzt nicht nochmal. Boah, ich mach so einen ekligen letzten Rundumheb. Da muss ich auch passen. Oh, shit. Warte mal. Na, ich muss mal Platz schaffen. Das war jetzt doof. Ui, 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 ui. Und was, wo ich mich heilen kann? Nein. Okay, wir füffeln's. Okay, okay. Okay. Wir wissen schon mal, sie wird... nicht sehr freundlich sein. Die schon... Ja. Heftig drauf. Soll mich jetzt nicht stören. Ich hab mir jetzt mal ein bisschen ein Bild von ihr gemacht, wie sie so tickt. Hat auch wieder, wie sonst alle Bosse, wieder so ein zweite Phasen-Move drauf. Hallo. Danke. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ach, komm, mach, jetzt nicht... mich auf den Nerv. Warte mal, die Sitz-Tapier, die hol ich mir jetzt noch eben schnell von jemandem. Wo ist der? Hab ja gesehen, dass du gerade auf mich geschossen hast, du Sackgesicht. Oh, das wird reichen. Hab ich denn da gerade drinne? Hier. Oh Gott, Drachenkörperstein. Ach so. Okay. Hören wir nochmal auf ein neues Roll ein. Grenzerin. Okay, okay, okay. Okay. Komm, komm. Alter, alter. Oh, den Stuck wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Jetzt muss ich schon hier das zweite Schwert raus. Ich will, ob ich das nicht machen. Eh, ehm. Ja? Ah, geht los. Ah, gute moves. Oh mein Gott, der Block hat mir den Hals gebrochen, gerettet. Was soll das für eine Range? Ah, ich hab sie gleich. Ah! Nice fight. Nice fight. Okay, Becken abstellen. Okay, machen wir. Wird mal, ob ich die ganze Zeit die anderen Handschuhe an... Ow. Ow. Wird mal, was wir hier? Okay. Oh mein Gott. Okay, interessant, neuer Weg. Soll er uns um den Prinzen kümmern, hat sie ja gesagt. Okay, bin ich ja mal gespannt, wie das wird auf. Warum, jetzt sehe ich aber erst mal, ich realisiere jetzt mal, dass ich die ganze Zeit die ganz andere Handschuhe anhatte. Ja, auch hier vom Mond ist es noch. Jetzt ist alles okay. Ihh, bin ich dreckig. 72.000? Ja, warte mal jetzt. Dann würde ich die mal eben schnell wegbringen. Dann möchte ich die eben auch schnell wegbringen. Mehr abhanden kommen. Ein freiwillig. Oh, danke. Ja. Okay, was nehmen wir denn? Jetzt leiste ich fast auf 11.000. Ich glaube, ich werde viel gesagt, mehr als das hier machen. Nee, komm, ich mache hier. Das ist mein letzter Punkt. Und danach gehe ich auf Stärke. Weiter ein auf. Ja, mich auch. Ich muss mal ihn fragen, ob alles in Ordnung ist. Ich will mal kurz mal was schauen, wenn ich jetzt... Dafür durchwirken lasse auf... Warte, äh, mir... Äh, wird mir empfohlen. Gut, sondern... Schwer sollte ich umgegen, ne? Aber war das scharf. Nee, schwer sollte ich gehen. Die 40... Die 40... Die 40... Die 40... ja nur das kann ja nur das sein da macht das jetzt schon sinn physisch 252 plus 205 mach ich da jetzt mehr damage oder so bin mir da jetzt sehr unsicher aber physisch macht mehr abwehrminderung schon mal das ist schon mal auch ein dickes plus 152 plus 205 da bin ich ja schon bei 457 so gesehen dann ach weißt du was ich mach das jetzt so können wir ja gleich mal testen gucken nicht mal gespannt ich krieg jetzt auf die fresse wenn ich dann ja dann ist es halt so ich brauche mal kurz noch eine testperson hallöchen da draußen ich will mal kurz eine auf euch auf die nuss geben alter der himmel sieht doch echt übel aus habe ich mal eben loll mache ich jetzt gerade mehr der mensch ja ich mich jetzt kann auch mache ich mehr der menschen wo ich habe ich jetzt gab mir die zahl nicht so richtig gemerkt na warte du die wird 88 ich gleich mal auf meine aufnahme gleich nochmal gucken gleich 756 ich glaube schon wenn ich mehr damage mache gerade ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher aber gut behalten wir das mal in auge jetzt warum habe ich hier noch den fall hier in der seite ich habe meine lunge getroffen werde ersticken und sterben egal bis desto trotz gehe ich jetzt mal hier lang Burg Lodrig eine neue Burg zu erkunden Burgen zu erkunden mache ich da immer gerne und der seite nicht öffnen ok ok jetzt doch weniger damage oder ich weiß es gar nicht oh mein gott slap your booty ah das ist ein scheiß schild gehabt ne he 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 freundchen ok will ich schon mal hier lang gehen oder nicht ich schau mal jetzt mal genau so und mach mal ein bisschen um hier ok ok oh shit au pass mal auf Kollege ich glaube ich mache weniger damage ich glaube ich habe die Sets noch nicht so richtig gut ich glaube ich glaube ich habe ein bisschen blödi gemacht ich gehe mal kurz nochmal ganz kurz zurück mach mir hier kurz nochmal ein Bild ich zeige sich mal kurz um auf Groot wieder okay noch nochmal getrunken schnell sicher nicht trocken sabbeln hier ja 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 warte mal lass mich kurz nochmal durchwirken jetzt machen wir wieder auf Krut hatte ich vorher gehabt, ne? Knapp war Krut. Kruder. Von ihm kein Verbleib mehr. Scheiße. Nicht schade. Oh, reisen. Oh, jetzt machen wir nochmal einen Unterschied. Mal mit denen. Ich habe jetzt auf die Zahlen gar nicht geachtet, gerade davor. Deswegen kann es sein, dass ich mich jetzt auch ein bisschen verguckt habe. Ist noch da da oben der Heini? Ah ja, er betet da gerade. Du musst mal deinen Priester entweihen. Oh ja. Et mal locken. Alter, der wieder... Eklige Schild da noch zuschlägt. Und gut nachts. Wie kommen... Ist der Damage irgendwie gleich gerade? Ja, ich brauche auch länger mit Krut. Ich glaube, ich schaffe... Ich glaube, das andere ist stärker gewesen. Alter. Komm her und lass die Frau rum von mir. Oh, danke. Ich bin jetzt mit mir ein Trink. Was sieht denn hier? Armer Kerl. Binnen eines entmutigten Ritters... Oh, du Schwert. Ich nenne mich an diese Klingen und Schwerte aus hier... Äh, Frau Honna. Von dem Wordens. Wurah. ... Ruhe da. Ich habe jetzt zwei Ritter. Ich will mich nerven, ist halt uncool. Ja, hier träumt euch nicht mehr weiter, ne? Und Schluss. Danke für die Titanit-Scherben. Hier kann man gut jetzt Titanit-Scherben farmen. Ja, Lancelot. Und nachts. Immer noch nicht. Nein, heißt wohl... Nicht so. Huch. Na, ist Leuchtfeuer. Das wäre so der Punkt, wie bei Souls 2, wo ich sagen könnte, okay, mache ich jetzt einen Schnitt und Level. Die gehen aber ordentlich... Oh, warte mal. Ich fände dir gerade das Auge. Die gehen aber ordentlich, Seelen. Ja, also die kann man ordentlich leveln bei denen. Das ist nicht cool. Weiß nicht, warum. Dieses Atmen gefällt mir ganz und gar nicht. Ich gucke gerade ein bisschen auf die Truhe, ob sie lebt oder doch tot ist. Nö, sie ist tatsächlich... Kapuze des Gebets, Robe des Gebets, Rock des Gebets. Oh, ein bisschen Gebete hier. Gehen wir mal durch hier, ey. Titanitbrocken. Oh, eigentlich mal ein Brocken. Au, 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 au. Voll in meinen Nacken. Dem ich ja Drecksack. Leute, warte mal. Ist das die Sonne? Holy moly. Der hat hier so schwer Atmung gehabt. Warum sieht mein Charakter den nicht an? Das ist gerade richtig kacker. Ja, super. Oh mein Gott. Ich bin total bekloppt. Ich bin tot. Auffassen. Ist ein bisschen... Oh mein Gott. Der will mich kippen, will der mich. Ah, toll. Die Zwiebel kann sich drehen. Oh, jetzt ist Feierabend. Jesus. Ja, ich muss gleich mal kurz zurückgehen, bis es mir too much wird. Erstmal du. Irgendwie mache ich weniger Damage gerade an den... Ich muss wirklich sagen, weil die ja in diesem Abteil ein bisschen stärker sind. Noch einer, ey. Unkeltitanit. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier hochzugucken. Uff, Alter. Das sieht ja mal übel aus. Und ist irgendwie auch gleichzeitig total cool. Die meine ich nicht. Die Brocken. Ach. Oh, ich habe einen Schluck wieder zurückgekriegt. War übel. Huch, was ist das denn? Was ist denn jetzt? Aber ist das ein Drache? Leidt er noch? Ja, er bewegt sich. Und da ist einer mit so einem ganz großen Schwert da oben. Das ist der mit der schweren Atmung da, die ich die ganze Zeit höre. Okay. Da komme ich nicht ran. Okay. Da sitzen wieder viele Leute. Eine Glut für mich. Wunderbar. Kann ich schon wieder leveln? Aber ich kriege mal ganz schöne Levels. Da kann man ja wieder beim Rendern hier ein bisschen Seelenfarben gehen. Das ist ja nicht cool. Und ich eventuell ein bisschen meine Stats erweitern. Der Drache belebt definitiv. Ich sehe, wie er sich bewegt. Und der Typ da faked, glaube ich, sein Tod. War nicht. Okay. Guter Trappe. Kannst nicht wieder inlegen. Neue Waffen finde ich auch gut. Ich finde das nice gemacht auch hier mit den ganzen Leichnamen hier auch so. Mit den ganzen Positionen. Das ist schon cool gemacht. Ah, das riecht doch schon wieder mit. Ich komme hier nicht rein. Oh mein Gott. Was ist das zum Teufel? Huli. Zwei. Zwei Drachen. Ihr wollt mich verarschen, oder? Doppelte Wache, oder? Was ist los mit euch? Ah, ich gehe ja schon. Habe es kapiert. Ich habe es da schon kapiert. Aber da hinten, da liegt da noch was. Da war ich noch nicht angegangen. Alter, die Range manchmal. Was? Der hat mich noch gekriegt? Nicht dein Ernst jetzt? Wow. Jesus. Dieser blöde Penner, ey. Obwohl ich den hole, ich mir mal zurück hier. Ah, ich merke jetzt. Au. Von wo kam denn jetzt das her? Ein kleiner Schleicher von der Seite hier. Ja. Ach, dass du ein Setter nicht mehr trinken kannst. Oh, lol. Das hat er bewirkt. Jetzt sehe ich es gerade mal. Und jetzt kann ich wieder. Keine Anti-Move, wo man mich daran hindert, dass ich meine Essens trinke. Ah, du bist jetzt ruhig hier. Aus der Nähdscherbe. Kämpfe des Kriegers. Ist das ruhig. Liedbrocken. Ah, da kann ich gar nicht rein. Ich weiß, wo ich jetzt gleich gehen werde. Erstmal. Ich habe mich jetzt gerade ein anderer Weg, mich neugierig gemacht. Aber erst mal, geben wir unsere Seelen ab. Alter Schwede. Sicher nicht mit gerechnet. Jetzt, ähm, na, du? Welcome home, Ashen-One. Speak thine heart's desire. Very well. Then talk hekna. Oh, ja. Touch the skies. Ich stecke jetzt. Ja, werde ich. Ich denke mal, es wird Zeit. Ja, wir bleiben jetzt bei. Oh, hab nicht genug Seelen. Noch nicht. Ich muss noch die verdrehten Seelen noch mal wegbringen, ja. Da sind ja auch noch ein paar. Verdrehten Seelen von Stärke erfüllt. Erstmal kann ich hier diese Zehner hier alle mal weghauen. Meine. Man sieht, man kann damit überhaupt nichts mehr vernünftig machen. Oh, okay. Aber ich will mal ganz kurz was anderes gucken. Oh, lol. Hallo. Äh, äh, äh. Das ist... Na, plus acht habe ich das jetzt schon. Alle diese Seelen kommen in mir. Werden eins mit mir. Ja, äh, jetzt diese Waffe. Jetzt umstellen auf schwer. 400. Ja, guck mal, die ist jetzt. 266. Aber, wie gesagt, der Grundwert ist 266, aber dafür habe ich plus 229 noch mal drauf. Also, fast schon über... fast 500 knapp schon. So in die Richtung schon. So eine Grenze. Mehr als hier. Also das ist besser. Definitiv jetzt. Ja, da hätte ich keine Sorge. Ja. Wo ist unser Freund hier? Quältige Spur. Ich glaube, der wird noch nie wieder zurückkehren. Schade. Ich wicke mich immer noch ein bisschen auf. Innerlich. Aber wir müssen machen. Bis er manchmal bei den Soulscans und erst mal durchspielt, seitdem der eine oder andere dann an dir vorbeiknallt. Muss ich auch noch hin. So. Ähm... Oh, Gloderick, Drachenhaut. Ich würde mal den anderen Weg jetzt mal gehen. Den wir da hatten. Da, wo dieser riesengroße Ritter da war. Mit dem Knüppel. Ah, keine Ahnung haben wir jetzt nicht wieder. Guck, guck. Ach ja, ich würde den anderen Weg gehen. Ob ich... Moment, mal kurz. Na, wollen wir es nochmal? Hab dich. Oh, dich dein Ernst jetzt? Dieser scheiß Wand gerade. Na gut. Wollen wir mal weiterziehen. Äh, hier ging es so. Genau. So. Und hier. Ich glaube, wenn ich da die Tollste durchsprengt oder so. So, ich wollte mal hier nochmal lang gehen. Wollte mal wissen, was hier ist. Ich denke mal, ich muss zum Thron, weil ich ging ja um den Prinzen. Ich weiß mal, wo ich hier diesen Torwächter hier ummieten. Das Geschehen, wie ist der Damage irgendwie gleich jetzt, ob ich jetzt von Krut oder aufs Schwerer rübergewechselt bin. Aber ist nicht schlimm. Da kann ich jetzt mehr mich auf Stärke fixieren. Aua. 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 besser! Dann wollen wir mal hier lang gehen. Ich habe gerade auf den Timer. Pardon. Okay, muss ich gleich achten. Ach du Scheiße! Ah, Gift-Scheiße auch noch hier. Oh mein Gott! Oh ne, nicht diese Scheiße mit diesem ekelhaften Gebräu, ey. Oh mein Gott! Der hätte mich zugeholt fast. Ach, ich hasse diese Gegner. Und da ist noch so ein hier Slot. Aber drücke ich nach von der Taste. Okay. I don't care. Nee, 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 nee. Nichts da. Keine Zauberkünste hier. Du Scheiße! Die haben alles hier und was soll ich hier? Die Schnecken auch noch hier. Wie ist denn hier? Wo ist denn da oben hin? Oh, ein Regen der Opferung. Ach du Scheiße! Ah, brennt's, ne? Schön warm! Alter, du siehst gar nichts hier! Da komm ich auch nicht rein! Komm ich auch nicht rein! Alter! Oh, erstmal den ersten ausgeschaltet. Warte mal, die Abgrundviecher sind doch, ne? Das ist ein Abyss, so. Ich kann nicht hier rumrotzen, so Mistvieh. Blaue. Oh Gott! Schwarze Feuerbombe! Was ich jetzt riskiere mit dem Gift? Wünschlicher Harz! Igitt! Giftung dabei? Ne, war ja nicht. Scheiße, das ist das andere gewesen. Was ist denn wieder mit den Kristallen dran? Muss ich eben... Wie lange geht das Gift denn? Hab ich wirklich nichts mehr? Die andere Version? Oh, ich hab nur eine. Ah, ich will nicht grad den Weg, wie ich da hinkomme. Mal gucken, wie ich da langlaufe. Warte, komm ich da ran, da oben? Ne, ne? Na, grad nicht. Muss ich mir einen anderen Weg überlegen. Ich hoffe, da komm ich erstmal eine bessere Taktik an, die vorbeizurennen erstmal. Das erste. Und mich später um sie zu kümmern. Oh, neuer Brocken. Das ist auch gut. Kann man die Waffe verstärken? Ah! Ach, come on. Wad kavaj jetzt? So weit von Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, der ist hinter mir. Ja. Ja, hahaha. Das hat's gut, wa? Mein Gott, sind das scheiß Gegner, ey. Oh, ein Schlag noch, danke. Oh, die sind aber richtig hartnäckig. Oh, da ist natürlich ein Gritter jetzt. Oh, drei. Zwei. Oder drei jetzt. Ja, toll, Biedemeyer. Hast du jetzt alles zum Leuchten gebracht, oder was? Ganz toll da oben. Ach, scheiße. Ich komm da auch nicht an. Äh. Oh. 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 Hat der den jetzt angezaubert, oder was? Ja. Oh, schade. Noch einer haben wir noch. Hihihihi. Versuch mal, ob ich an die vorbeirennen kann, einfach. Gerade mal. Was vielleicht möglich ist. Warte mal. Habe ich grad Feuerbomben bekommen? Vielleicht kann ich sie in die Luft sprengen. Hm, naja. Machen wir uns. Machen wir später. Versuch mich mal jetzt da durchzuschleichen. Also, sterben. Wirst du programmiert hier? Ja, ist klar. Hui. Was? In der Rolle? Oh, Mann. Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's mal gesagt, das wird passieren. Ich geh mal anders so rum, Porten. Mal kurz. Äh. Am besten. Tänzerin des Nordwindtals. Von da aus am besten. Ekelhaft, ey. Wie die dich da attackiert. Zeit ist gerade bei über 50 Minuten, aber komm. Bewegen sie doch da durch. Hi. Ich geh mal hier durch, ne? Hau rein. Hau rein. Hau. Hau da mich da. Hau. Aber ich bin dafür. Ja, danke. Dazu bin ich dafür. Oh, ne Estos-Scherbe. Oh, okay. Oh, gut. Ah, danke, dass du mich jetzt hier hingeführt hast. Hi. Wie geht's? Ich bin mal weiter. Ach, komm, ey. Die Heatbox ist manchmal so lächerlich hier in dem Spiel. Manchmal ist sie wirklich zu lächerlich, finde ich persönlich. Okay. 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 Alter, ey. Willst du mich jetzt verarschen, oder was ist los mit dir? Ja, ist okay. Tritt mir nur ins Gesicht, du Herr Slort. Ei, ei, ei. Jetzt ist Schluss. Zaubersteinplattenring. Oh, danke. Was zum Teufel. Ich will irgendwo noch jemanden, den ich beschwören kann, vielleicht. Hört sich sehr interessant an, was da drin ist. Oh Gott, ich will zu oft die Fresse kriegen jetzt. Ah, you ignorant slaves. Finally taken notice, have you? Of the power of my beloved Ocelot, child of dragons. Auch wenn er sehr eigenartig aussieht, habe ich auch gefehlt, er wird ein ganz schönes, abgefucktes Würstchen werden. Was, ein bisschen Feuer? Autsch. Ach, komm, ey. Der König, ja, der König hat alle Verzerrungen im Gesicht. Okay, Leute, ich werde mal hier einen Schnitt machen. Das ist jetzt wieder fast eine Stunde. Dann gehen wir gleich nochmal runter und hauen dann mal ein paar auf die Ommel. Oder vielleicht nutze ich das vielleicht... Ah, ich weiß auf jeden Fall, wo ich leveln kann in der Zukunft. Also dann, liebe Leute, bis zum nächsten Part. Bye, bye. Hey, listen, listen. Ich will. Das war's. ب